Wir haben gerade Pizza bestellt, sind auf dem Rücksitz und jetzt guckt euch mal diese Pizza an, heilige Scheiße. Guten Morgen an alle da draußen, wir schreiben heute den 24.12.2018. Heftig, hoffentlich hört man das auch, aber so sind wir aufgewacht, da liegen wir immer drinnen. Das sind unsere Mates und da sind wir einfach mit dieser View aufgewacht, so heftig, ey, so kann Weihnachten beginnen. So, 25.12.2018, in Flip-Flops und kurzer Hose, Sonne scheint, das Wetter war ja heute Morgen nicht so, Bombe gestern auch nicht. Und jetzt guckt euch das mal da drüben an, da sieht man einfach wirklich auf dem Meer ein Unwetter, voll krass. Also du kannst da beim Blitzen zusehen und es sitzt in der Sonne, richtig krass, heftig. Heute 26.12.2018, wir befinden uns hier beim Wasserpark, wenn man das sieht, ey, das ist so guter Sonnenschein. Geiler, kann man Weihnachten nicht verbringen. So, guten Morgen, hier ist die ganze Patrouille versammelt. Wir sind jetzt an dem finalen Tag angekommen, da hinten dran das vierte Auto ist auch noch vom Feed. Das da, ja, ist eine riesen Kolonne, hat noch ein richtig geiles Zelt aufgebaut, ja, ist schon geil. Also, was ich halt richtig krass finde, ich könnte euch jetzt gerade nicht mal die Uhrzeit sagen, welches Datum heute ist, wenn wir jetzt heute nicht das Haus gebucht hätten. Aber mein Handy ist schon seit zwei Tagen leer und, ja, man lebt halt in den Tag, man ist direkt, hier schlafen wir, hier schläft auch der Leon noch. Und man liegt genau auf Richtung Strand, dahin, heftig geil, krass. Also, das macht Laune. Wir gehen jetzt erstmal schön ins Wasser jetzt. Macht Bock. Auf jeden Fall sieht man sich später. Auf jeden Fall. Guten Morgen. So, das ist doch mal eine Aussicht. Wir waren heute Morgen schon im Meer schwimmen, zum Aufstehen. Jetzt noch hier gefrühstückt, richtig geil. So, finally arrived. Heute ist der 29. Wir waren vorhin noch auf dem Strand. Wir sind alle eingezogen hier im Haus. Richtig geil. Richtig cooles Haus. Kommt mal mit, Freunde. Kommt mal rum hier, oh, oh. Wie will ich jetzt duschen? Richtig geil. Das ist dann vom Sammy und von mir das Bett und das Zimmer. Richtig cool. Also, damit kann man auf jeden Fall erstmal wieder leben. Wenn die Toilette besetzt ist, ist das auch schon alles geregelt. Ist auf jeden Fall richtig cool. Die anderen zwei schlafen hier. Und wir wollen nachher gleich erstmal eine schöne Einweihungsparty machen. Da kommen auch noch mal richtig, richtig viele hier. Ist halt alles wirklich auf vier Leute ausgelegt. Aber ist einfach geil, eine Woche so eine Wohnung wieder zu haben. Wunderschön gestellter Weihnachtsbaum, obwohl wir den 29. haben. Das ist top. Ich bin gerade noch am kochen hier. Ganz entspannt. Mal eine kleine Runde. Endlich wieder sauber und gut kochen hier. Wir sind auch schon so gut wie durch. Gutes Equipment. Und ja, ist eine kleine feine Wohnung. Ist geil auf jeden Fall. Wunderschön. Super gekocht. Das sind gelungene Tage im Haus. E instructions. Wunderschön. Wunderschön. Z Punk im Haus. Z Punk im Haus. Z Punk im Haus. Sport im Haus. Sport im Haus. Sport im Haus. Sport im Haus. Pedisträ bake ich mir mal. AssНе趣. Bis zum nächsten Mal.